Herzlich Willkommen zu Nubu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubu Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubu Radio in einem neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid super ins Jahr gestartet, hattet einen guten Rutsch, habt schön mit Familie, Freunden, Bekannten, Verwandten und wer da noch so alles zur Party kam, ob eingeladen oder nicht eingeladen, gefeiert. Hallo auch von meiner Seite. Ich begrüße euch auch ganz herzlich und freue mich, dass wir euch auch im neuen Jahr mit ganz vielen spannenden Themen wieder beglücken können, wenn man das denn so sagen kann. Und ihr habt ja auch schon bestimmt gemerkt, wir haben zum Beispiel ein neues Intro. Genau. Zu dem Intro wie auch zur kompletten Folge gerne Feedback geben. Schreibt uns einfach auf den Bekannten Wegen auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail an info-at-nubu-workers.com. Wir haben auch dieses Jahr tolle Inhalte für euch vorbereitet, freuen uns natürlich noch mehr, wenn weiter Themenvorschläge von eurer Seite dazu eintreffen. Und ja, Nadja, was haben wir denn sonst noch so mit dem Jahresabschluss getan? Ja, wir haben im Grunde genommen nebenbei quasi vieles für Nubu Radio neu aufgesetzt, damit wir auch schön frisch durchstarten können. Wir haben ja recht simpel angefangen, aber trotzdem einen tollen Start mit euch gemeinsam als Zuhörer hingelegt. Also dafür wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr jede Woche dabei seid, uns begleitet und mittlerweile auch viel mehr Kontakt zu uns sucht. Ja, ich hatte dann den Wunsch gehabt, dass wenn wir das im neuen Jahr weitermachen, dass wir dann auch so ein bisschen frischen Wind mit reinbekommen, dass wir zum Beispiel die Cover, also die Bilder, die ihr zu den Episoden seht, dass wir die auch an unseren Visuals orientieren, also an dem Style. An der Stelle auch ganz lieben Dank an unsere Marion, die für uns die ganzen Grafiken immer designt. Es wird auch in diesem Jahr natürlich jeden Monat Visuals geben, immer zu einem bestimmten Thema. Und wir sind dann hergegangen und haben das komplette Design angepasst. Wir haben auch ein bisschen an unserem Cover selbst gearbeitet. Es ist euch vielleicht dem einen oder anderen auch aufgefallen. Wir haben es schon ausgetauscht. Ja, der Podcast heißt nach wie vor Nubu Radio, aber wir haben den Untertitel ein wenig verändert, weil wir auch konzeptionell an unserem Podcast gearbeitet haben. Das Ganze heißt jetzt, ja, der Podcast für Unternehmen und für Teams, für Cloud-Worker und für Teams besser gesagt. Und auch an der Stelle ganz lieben Dank an Gordon Schönwälder von Podcast Helden. Da hast du uns richtig gut unterstützt und begleitet. Ja, und das war halt einfach ein kleines Projekt, das wir nebenbei gemacht haben, um euch für das neue Jahr natürlich auch wieder in einer guten Qualität oder vielleicht sogar in einer noch besseren Qualität. Also ich bin der Meinung, wir haben da einen ordentlichen Sprung gemacht. Ja, das glaube ich auch. Ja, dass wir euch da auch besser versorgen können und dass ihr natürlich viel Spaß habt, das Ganze auch mal auch weiterhin reinzuhören. Und vor allem weiter zu empfehlen, damit wir noch mehr Hörer haben. Ja, definitiv. Ja, inhaltlich haben wir ja auch noch ein paar Dinge. Wir haben, ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben unsere Mitarbeiter viel mehr in das Projekt mit einbezogen. Und durch die Feedbacks, die wir auch von den Zuhörern bekommen haben, das konnten wir leider alles letztes Jahr gar nicht mehr mit aufgreifen, weil wir ja auch sehr stark in den Großprojekten mit involviert sind. Aber für dieses Jahr so eine große Veränderung, die dann auch wirklich aus dem Konzeptwechsel mit reingeht ist, wir werden dieses Jahr auch mehrere Miniserien mit veröffentlichen. Unter anderem eine Serie, an der wir gerade arbeiten, ist Yammer. Und es wird auch auf Wunsch eine Miniserie exklusiv für Microsoft Teams geben. Und den Rest, den verraten wir noch nicht. Da sind wir aber auch an strategischen Themen dabei, die für euch mit aufzubereiten. Genau. Die Miniserien findet ihr natürlich auf den gewohnten Plattformen. Also auf Spotify, auf YouTube werden wir sie natürlich auch wieder publizieren. Und ganz klar auf iTunes. Aber darüber hinaus findet ihr die bei uns auch auf der Website in Zukunft dann in einem einzelnen Register. Also wir werden die Miniserien ein bisschen aus dem Podcast rausnehmen. Das kann sein, dass es da die eine oder andere Schnittmenge mal gibt. Das werden wir dann noch sehen. Dann lassen wir uns noch überraschen. Und ja, wir freuen uns schon tierisch auf die Inhalte. Und ich bin schon ganz neugierig, weil die Dominique bereitet gerade die erste Serie vor, was da rauskommt. Und das wird auch ein mehr oder weniger Solo-Projekt werden. Schauen wir mal. Genau. Ich freue mich auch riesig darauf. Und ja, ich bin gespannt, was wir da von euch dann noch zusätzlich an Ideen bekommen werden. Genau. Also so viel erst einmal einfach für euch. Unsere kleine Begrüßung im neuen Jahr. Wir sind zurück. Ihr werdet ab jetzt natürlich jeden Montag von uns wie gewohnt eine neue Episode von Nubu Radio bekommen, damit ihr auch weiterhin ganz viele Tipps für euren Alltag im Cloud-Arbeiten zu Yammer, Teams und Co. dann auch dementsprechend habt. Und genau. Denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf. Und nicht mit Technik.